2. Köln Ah, da ist er hoch, aber okay. Ah, das ist ja so ein bisschen fragt, als ich da entdehnte. Man kann ja nicht ewig steil, hat hochgegeben, die Maschine mit seiner dritte Anstrengung, aber die müssen wir da langen anlegen. Er ist doch bitte mit Faul. Ja, aber... Drei Mal daneben, ja. So, die Fahrer-Siegelrat fliechendurch. Die Operation 08, ich gehe jetzt auf die Reise. Alle Bickels mit der 08, Bickels, die Fahrer-Siegelrat. Auf die Rückflug. Über das Prinzip. Bickels 08, bis hier reinkommen. Und ab.